Kasmara Kasmara Advanced Nacard Treatment Eine professionelle Behandlung, die die Flecken reduziert, die die Haut säubert, auffällt und eine fortgeschrittene Anti-Aging-Fliege bietet. Kasmara bietet innovative, professionelle Kosmetik, die einen bahnbrechenden Wendepunkt im Behandlungsbereich der Hyperpigmentierung dank einer neuen Technologie sowie fortgeschrittenen und hochwertigen Inhaltsstoffen ermöglicht. Die besondere und einzigartige Formel kombiniert sechs Phasen. In der Phase 0 wird die Haut auf die Behandlung vorbereitet. Vor dem Behandlungsbeginn wird empfohlen, jegliches Make-up zu entfernen sowie die Haut zu säubern. Dafür kann der Kasmara Cleanser verwendet werden, welcher mit natürlichen Inhaltsstoffen die Haut säubert und schützt. Tragen Sie ihn auf alle zu behandelnden Bereiche wie Gesicht, Hals und Dekolleté auf. Anschließend spülen Sie die Bereiche mit Wasser ab. Beginnen Sie das Advanced Nacar Treatment mit Phase 1. Hier wird ein Peeling verwendet, welches Weinsäure, Zitronensäure und Salicylsäure sowie zwei Moleküle, die von Acelainsäure abgeleitet werden, beinhaltet. Eine Formel, welche die Haut intensiv reinigt, aber keine reizende Wirkung hat. Dank der Kombination aus aktiven Wirkstoffen wird die überschüssige Ansammlung von Melanin und toten Zellen beseitigt und die Haut perfektioniert. Hautflecken werden verringert sowie die allgemeine Erscheinung der Haut verbessert. Aufgrund der hohen Konzentration von Säuren wird die Benutzung von Handschuhen für diese Phase empfohlen. Tragen Sie die Creme mithilfe von Pinseln im Gesicht, Hals und Dekolleté auf und lassen Sie diese für 6 bis 8 Minuten einwirken. Abhängig von der Empfindlichkeit der Haut kann der Kunde ein leichtes Brennen oder Hautirritationen empfinden. Diese Phase sollte nicht mit Wasser abgespült werden. Nach dem Behandlungsschritt von Phase 1 müssen die Säuren des Peelings neutralisiert sowie der pH-Wert der Haut ausgeglichen werden. Um den natürlichen pH-Wert der Haut wiederherzustellen und Hautirritationen sowie Brennen zu beseitigen, muss ein Neutralizer in Phase 2 auf die Haut aufgetragen werden. Tragen Sie die Flüssigkeit aus der Tube direkt auf das Gesicht, Hals und Dekolleté, beginnt mit dem Bereich, wo der Kunde die größten Hautirritationen empfindet, auf und massieren die Creme für eine gleichmäßige Auftragung ein. Nachdem Sie Phase 1 und 2 angewendet haben, wurde die Ansammlung von Melanin sowie abgestorbenen Hautzellen effektiv beseitigt und die Haut optimal für die darauffolgende Antifleckenbehandlung in Phase 3 vorbereitet. In Phase 3 wird das Deep Pigmenting und Lightning Gel aufgetragen, welches unter anderem Mandelsäure enthält. Die innovative Formel entfernt Hautflecken und verhindert die Entstehung von Neuen. In dieser Phase wird die Haut harmonisiert und erhält ein intensives Strahlen. Massieren Sie die Haut für 10 Minuten, bis die Flüssigkeit von der Haut komplett aufgenommen wurde. Fokussieren Sie sich dabei auf die Bereiche, die eine erhöhte Pigmentation haben. Abhängig von dem Empfinden des Kunden können Sie die Massage verlängern oder verkürzen. Durch die starke, depigmentierende Wirkung sollte diese Behandlung nicht bei mikropigmentierten Bereichen angewendet werden. Nach den vorherigen Phasen braucht die Haut eine kraftvolle Erholungsphase, um die Epidermis zu regenerieren. Phase 4 hat eine allgemein regenerierende und erneuernde Funktion. Die hier verwendete Creme beinhaltet ultra-regenerierende und aktivierende Inhaltsstoffe, welche die Haut vitalisieren, beruhigen und ihr Feuchtigkeit spenden. Die Creme beinhaltet Inhaltsstoffe, welche die Haut vitalisieren, erneuern und eine essentielle Pflege nach der vorherigen kraftvollen Phase bieten. Massieren Sie die Creme in die Haut ein, bis sie vollkommen von der Haut aufgenommen wird. Als nächstes wird die NACAR-Maske 2085 in Phase 5 verwendet. Um die Maske vorzubereiten, muss das Gel des ersten Beutels mit dem Pulver des zweiten mit Hilfe eines Kunststoffspatels für 30 Sekunden miteinander verrührt werden, bis eine homogene Masse entsteht. Als nächstes tragen Sie sorgfältig die Mixtur mit einer Aufwärtsbewegung auf die zu behandelnden Bereiche auf. Dabei sollte keine Zeit verloren gehen, da die Mixtur vier Minuten nach dem Anrühren anfängt zu erhärten. Dank der besonderen Formel kann die Mixtur auch über die Augen und den Mund aufgetragen werden. Wenn es erwünscht ist, kann eine Öffnung über den Lippen freigelassen werden, damit der Kunde sprechen kann. Die NACAR-Maske ist eine eigens entwickelte Maske mit einer Peel-Off-Technologie, basierend auf Beauty-Geheimnissen, welche die Haut beruhigen, klären und straffen. Das Produkt erzeugt einen beruhigenden Effekt für die Haut, wodurch Rötungen gemildert werden und ein wohltuendes Hautgefühl entsteht. Die beruhigende Wirkung verbindet sich perfekt mit dem säubernden Effekt von Japanese Secrets. Die Maske enthält Aminosäuren, welche die Haut aufhellen, tonisieren und einen intensiven Anti-Aging-Effekt bieten. Die japanischen Inhaltsstoffe werden seit Jahrhunderten getestet und angewendet. Es wird empfohlen, die Maske für 15 bis 20 Minuten auf der Haut zu lassen. Danach entfernen Sie die Maske behutsam, indem Sie erst die Ränder lösen und vorsichtig vom Kopf in Richtung Hals abziehen. Das Resultat ist eine strahlende Haut mit einem wohlfühlenden Empfinden. Phase 6 rundet die Behandlung perfekt ab. Es wird eine Creme mit klärendem und hautverjüngendem Effekt verwendet, welche dank der leichten Textur schnell in die Haut einziehen kann. Drücken Sie ein paar Tropfen der Creme in Ihrer Hand und massieren Sie das Gesicht, Hals und Dekolleté des Kunden, bis die Creme in die Haut eingezogen ist. Die verwendete Creme in Phase 6 erhält die Haut und lässt sie zu neuem Glanz erstrahlen. Mit Sonnenschutzfaktor 50 wird die zelluläre Alterung verhindert und die Haut auf DNA-Level geschützt. Geben Sie den Rest dieser Creme dem Kunden für eine zukünftige Anwendung mit. Eine Formel, die Sonnenlicht in eine Lichtquelle für die Haut umwandelt, wodurch sie leuchtend und gleichmäßig wird. Eine bahnbrechende Creme, welche Ergebnisse bereits nach der ersten Behandlung bietet und innovativ die Haut depigmentiert, indem sie den Transfer von Melanin blockt. Dadurch wird die Bildung neuer Pigmentierungen verhindert und bereits bestehende Pigmentflecken konstant verringert. Die Haut wird geschützt und die Alterung durch Licht verringert. Kasmara Advanced Nacar Umgeben Sie Ihre Haut mit einem Heiligenschein von Licht und Jugend. Kasmara 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 Kasmara